hallo zusammen heute fahr ich mal wieder ein stückchen weiter weg und zwar geht es um diese marke hier um iconic ich treffe mich da oben im sebastian und mit dem tolga das ist einmal sebastian ist der der mann ist quasi so ganz deutschland also macht auch ein kundengeschäft das heißt er fährt auch zu kunden privaten nicht privat er fährt auch zu kunden direkt hin oder er ist auch für die ganzen händler zuständig sowie für mich so und wir fahren da hoch weil wir uns mit dem marcus ms da oben treffen auf dem freibergerhof der soll nämlich quasi auch ein iconic sattel bekommen und da habe ich ein bisschen was vorbereitet und nämlich wenn wir das so machen dass der quasi halt weil warte kurz der marcus soll auch diesen iconic mono evo kriegen also nicht wundern der ist jetzt gerade zerlegt mit der also das monoblatt modell aber er wird ziemlich sicher mit der pausche nicht zurecht kommen weil der marcus ist glaube ich noch mal einen halben kopf größer als ich also wirklich ein riesen und der sattel fällt dadurch dass er diese aufgesetzte pausch hat auch relativ klein aus wir hatten jetzt auch zum probieren nur also wenn wir nur 17 halb zoll sattel haben deswegen nicht wundern es wird wahrscheinlich etwas kleiner aussehen alles aber ich habe diesen vorderen bereich einmal ausgetauscht habe dann klett drauf gemacht und habe da eine pausche drauf anführer ist ja wirklich erstmal drauf gebastelt von anfang damit wir das testen können marcus wo eben die pausche sitzen soll wie das perfekt zu seinem bein passt und ja ich werde wahrscheinlich später bei medien nicht viel sprechen weil wir einen ja quasi jemanden haben wir uns hilft mit dem filmen und wollten da würde ich einfach mal so ein bisschen mitnehmen vereintrücke zeigen ich denke mal für den einen oder anderen können es schon ganz interessant sein und ja deswegen ich mache mir jetzt auf den weg und ihr seht jetzt nachgang ein paar eindrücke von dem termin so 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 ich hoffe es wieder hat euch gefallen was ist jetzt die quintessenz vor dem ganzen ja wir waren bei marcus wir haben mit marcus zusammen einen sattel gemacht bzw die pausche wurde so ummodelliert dass die passt von marcus also das ist ja die standard pausche von dem iconic mono evo und die war ja für ihn wie man auch gesehen hat im video deutlich zu lang gewesen deswegen hat man das hier vorne schon mit klett gemacht und alles tralala und er hat dann quasi extra speziell für seine langen beine eben einen sattel bekommen so aber jetzt haben wir uns auch dann gedacht zusammen mit iconic das gibt ja mehrere leute die einfach lange beine haben und groß sind so wieder marcus eben auch deswegen das jetzt das ganze auch noch mal hier tada eben mit einer kurzen pausche wenn man die jetzt mal vergleicht ist die halt schon ein ganzes stück kürzer als diese hier und auch vom winkel ein kleines bisschen steiler gestellt so dass quasi auch lange leute wie ich auch mal machen vergleich dass man das mal sehen kann das ist auch einfach für lange leute dann teilweise die sich mit der etwas gestört gefühlt haben also es ist wie gesagt nicht meine sitzgröße auch nur 17 halber und ich merke schon hier unten es würde gehen aber ich sage mal bequem ist es auch aber es geht mit sicherheit besser und daher gibt es jetzt diesen satten mit einer kurzen pausche und siehe da ich habe gleich viel mehr beinfreiheit so ich werde hier oben schön gestürzt und mein knie meine kniescheibe ist unten schön frei für mich würde ich jetzt sagen es ist deutlich angenehmer und es lässt sich einfach ja viel besser sitzen ja und das ist so die quintessenz des ganzen deswegen es gibt ab jetzt den mono evo mit langer pausche wie gehabt und eben auch mit kurzer pausche den sattel gibt es jetzt auch ganz neu als zwei platz sattel das heißt gleicher sitz gleiches design vom blatt gleiche pausche aber eben als zwei platz sattel wie den er hat jetzt einen neuen namen ich kenne ihn noch nicht ganz genau aber früher ist der pro also der zwei platte ressortsattel den dementsprechend gibt den wie gesagt jetzt auch ganz neu da habe ich nur noch keinen da weil dir jetzt wirklich erst ganz neu auf den markt gebracht wurde eben als zwei platz sattel wo die pausche daneben ganz normal unten drunter ist genau ich hoffe es wieder hat euch gefallen wenn ihr so einen gerne mal testen möchte oder auch mal den unterschied testen möchte zwischen den beiden sätteln dann meldet euch bei uns können wir gerne einen termin ausmachen und könnt euch gerne mal einsetzen das ganze mal ausprobieren diesen sinne macht's gut tschau